Danke Günther Jauch, schön, dass wir alle gemeinsam in die neue Woche starten. Der Dauerstreit um die Abtreibung bekommt neue Nahrung, wird der Paragraf 218 geändert. Außerdem Blitzer-Marathon der Polizei, dürfen Autofahrer sich mit Apps vor Kontrollen schützen und 8000 Folgen GZSZ. Ich spreche mit Schauspieler Wolfgang Baru über das Erfolgsrezept der Serie. Zuerst aber blicken wir in den Nahen Osten. Als sei die Lage nicht schon dramatisch genug, sorgt die Lage nicht schon dramatisch genug.